Hallo, hier ist mal wieder CoraZoo. Wir sind zurück in Stardew Valley, ich renne dann schon mal los. Wir brauchen noch jede Menge Samen. Jetzt müssen wir wieder Dünger drüber tun, wenn die Felder wieder kaputt gehen. Ich habe schon lange keine Würmer mehr gehabt hier. So, da waren nur noch mal Würmer. Ähm, nein, ja. Ich bin der Clay. Nun gut, können wir vielleicht auch irgendwann mal gebrauchen. So, mit O. Ich brauche jetzt hier sogar mal eine Quest. 90. Dafür mache ich jetzt keinen Aufwand. Och, Junge, aufwendig vor die Füße. So, was wollen wir denn noch machen? Ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall hier nochmal rein zu. Investieren. Das sind drei. Ja, da ich nicht wirklich weiß, wie das hier funktioniert, hole ich da nochmal drei. Mit dem Honig meine ich jetzt, wie das funktioniert, ob ich wirklich da aktive Blumen auf dem Feld brauche. Damit da was passiert mit dem Honig. Ob es doch anders ist, das weiß ich nicht. Müssen wir echt testen. Jetzt hat man mal Willen-Honig. Wenn ich vielleicht jetzt was Vernünftiges pflanze, dann wird das vielleicht, ja, richtiger Honig. Sozusagen. Den brauchen wir nämlich auch einmal. Vielleicht brauchen wir noch Ei einmal. Das müsste ich dann auch mal bei Gelegenheit reinschmeißen. So, was will ich denn hier neben dem Feld? Ich muss aufs Feld. Da habe ich auch was vergessen. Ach, nein. Das ist, äh, bin ich froh, wenn die ganzen falschen Felder nicht mehr da sind. Kann ich nicht mehr aus Versehen es daneben machen. So, ich habe hier auch was, diese mysteriöse eine Pflanze hier wird. Also die da. Ich brauche ja auch sehr lange, wie ich merke. So. Hm, okay. Okay, wir haben soweit anscheinend alles. So. Oh. Dann würde ich sagen, geht es jetzt wieder ein bisschen Holz holen. Demhin wollen wir noch jede Menge Gebäude bauen und unser Haus noch ausbauen wiederum. Also von daher jede Menge zu tun. Deswegen, dass Holz gefällt werden muss. Äh, das Holz muss gefällt werden? Nein, die Bäume sind gefällt werden, damit wir Holz bekommen. So, da hast du ein Schuh. So. Dann könnte man bei Gelegenheit mal wieder nach Hartmut gucken, weil das brauchen wir für unsere, äh, Lupe. Das waren das. Milch, Milch zu Käse. Milch zu Käse-Ding. Genau. Das haben wir jetzt zum Käse verarbeiten können. Dafür braucht Hunger, Hartmut. Das müsste man bei Gelegenheit auch mal wiederholen. Können wir eigentlich gleich machen, würde ich sagen. So, gehen wir direkt mal runter. Ich hoffe, die Bäume gehen nicht ein, äh, also jetzt die Bäume für diese Jahreszeit, wenn die nächste Jahreszeit einbricht, äh, einbricht, anbricht. Was habe ich denn heute wieder? Ähm, wäre echt schade drum. Oh, diesmal wieder da. Was hast du denn diesmal so? Den brauche ich einmal gekauft. Ich glaube, den brauche ich auch einmal, oder? Aber den können wir später selber anpflanzen. Was ist denn? Rubab, Rhabarber vielleicht? Woid-Mayonnaise? Was? So ein... Hm, Bumble-Leak? Oh, eine Walnuss-Banke. Das ist ja cool. Seltenes Samen. Zone-Fall. Take all season to grow. Ähm, okay. Braucht alle... Hä? Kann alle Jahreszeiten pflanzen, oder brauche alle Jahreszeiten, bis es fertig ist? Okay. Das lassen wir mal noch weg. Ich weiß nicht, was das ist. Kaffee haben wir selber ja noch ein bisschen. Diesen Pufffisch ist ganz praktisch. Ich weiß nicht, wie wir den... Oh, Fisch-Taste. Äh, wie wir den bekommen. Der ist auf jeden Fall einmal notwendig. Ich glaube, den bekommen wir erst, wenn wir in der Wüste sind. Und ich weiß nicht, wann wir in die Wüste kommen. Das ist auch noch so eine Frage für sich. Ob wir das jemals schaffen. Dafür bräuchten wir theoretisch diese 25.000, äh, noch spenden. Aber irgendwie, äh, wird mein Geld immer weniger statt mehr. Oh, jetzt haben wir auch die Tierunzeit geholt. Das war nicht so wenig Investitionen. Muss man hoffen, das lohnt sich. Also bis jetzt die Mayonnaise bringt ein bisschen Geld. Und wir könnten natürlich mehr Mayonnaise herstellen. Aber ich würde gern dort erstmal nicht übertreiben. So. Da war noch ein Slime. Da ist noch ein Slime. Komm ich hier durch? Ja. So, und dann haben wir wieder Hardwood. Können wahrscheinlich dann Käse-Dinger bauen. Vielleicht bringt das ja gut Geld, diese Käse-Teile. Wenn ich überlege, pro Tag mache ich zwei Mayonnaise. Heißt, wenn wir so 20 Tage haben, 2 mal 20, 40. Hm. Das ist unbedingt viel, glaube ich, bei dem bisschen Geld, was die bringen. Vielleicht wird man die Produktion erhöhen. Wobei, war ja jetzt immer Mayonnaise ohne Stern, muss man sagen. Wir haben jetzt auch welche mit, ähm, mit Sternen. Die bringen natürlich logischerweise mehr. Ähm. Müssen wir mal schauen. So. Heute habe ich wieder jede Menge zum Verkaufen weggepackt. Kann also sein, dass sich heute wieder ein bisschen lohnt, der Tag. Schauen wir mal. Also lohnt in Sinne davon, dass wir viel Einnahmen haben. Zack. Ähm. Der Pilz kommt woanders hin. Du kommst auf jeden Fall hier hin. So, dann müssen wir mal gucken. 10 Hardwood ein, Copper, Stein und Holz. Okay. Holz, Stein. Da war doch richtig. Copper. Können wir nur leider eine herstellen. Schade. Na gut, besser als keine, würde ich sagen. Hardwood da rein. Okay. Packe ich hier drüben hin. Seid ihr noch Babys? Ihr seid noch Babys. Okay. Aber hier sind alle Kühe drin. Es wird auch langsam dunkel. Machen wir mal zu. Für morgen. Ist alle drin. Ja. Uh. Sogar schon fertig. Kann man schon mal öfters jetzt einmal pro Tag abholen. Aber wir machen es bloß einmal pro Tag, würde ich sagen. Ähm. Irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Was war das? Klick, 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 klick. Äh. Äh. Was war denn das? Hardwood, Dings, das? Ah ja. Nach den Pilzen schauen. Also mein Hund. Ich dachte, welches Tier ist jetzt noch hier draußen. War noch alle ein Ding. Eieieiei. So. Ob man Pilze wohl auch einlegen kann. Hm. Müsste ich vielleicht bei Gegebenen probieren. So. Hier unten haben wir ja jede Menge drin. Na ja. Ähm. Genau. Dann wollte ich noch mal gucken. Community Center. Aber wir haben alle... Ich bin so ein Dödel. Hm. Das ist mir wieder passiert, ja. Kaliflauer. Wir müssen mal schauen, dass wir nochmal eine Kaliflauer kriegen. Verdammt. Ähm. Genau. Hier brauchen wir Käse. Aber Knopf. Das haben wir doch auch schon einmal. Zack. Kann man doch direkt hier reintun. So. Mhm. Dann brauchen wir ein Large Egg. Einmal braun, einmal weiß. Okay. Large Egg, braun und weiß. Wir haben es natürlich mal immer ein braun. Keine Ahnung, wie man es in weiß bekommt. Ist vielleicht Zufall. Müssen wir mal schauen. Ein großes Ei haben wir hier. Oder? Ja. Large Egg. Large Milk haben wir noch nicht. Goldmilk haben wir noch nicht. Woll haben wir noch nicht. Dackei haben wir noch nicht. Äh. Ja. Einkaufen brauche ich jetzt nicht mehr. Ist dann schon zu. Oh. Mit der Kaliflauer. Das regt mir jetzt mal auf. Ich gehe noch so wie der Kartoffel. Einfach vergessen. Einfach mal. Verflucht nochmal vergessen. So. Wir schlafen jetzt. Jetzt könnte ich nichts mehr Sinnvolles machen. Ey. Das ist doch krank von mir. Ja. Wir schlafen. Oh. Farming verbessert. Seedmaker. Okay. Ich kann den zusammenherstellen. Eriensprinkler. Oh. Den geht es noch besser. Na super. Ich will gar nicht wissen, was der jetzt macht. Oh. Das gab wirklich gut Geld. Das gab wirklich gut Geld. 11.770. Tag 15 des Frühlings im Jahr 2. Eriensprinkler. Eieiei. Das gab echt gut Geld. Na. Erstmal Fernseher. Jetzt bin ich schon wieder ein Tipp. Worum geht es? Achso. Ja. Es gibt Salomonbeeren. Blablabla. Kannst die sammeln. Da. Da. So. Ah. Bohnen. Diesmal direkt eine Bohnen wegpacken. Du Dödel. Bei. Äh. Ich glaube ich habe gar nicht alle Kaläflauer weggemacht. Oder? Habe ich nicht welche in die Kiste gepackt. Weil. Hoher Wert. Und so. Muss ich nachschauen. Vielleicht bin ich doch nicht so dödelig. wie ich dachte. Hier haben wir auch jetzt die Kartoffeln lieber. Ah. Ja. Gott. Was wächst da für eine komische Pflanzensache? Wann klingeln die sich noch? Achso. Senze. Ähm. Zack. 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 So. Sonst habe ich glaube ich alles gegossen. Ja. So. Eine Bohnen. Eine Kartoffel. Eine Kaläflauer. Ähm. Ja. Habe ich noch. Sehr schön. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Panik vorbei. So. So. Ich erstmal hier hinein. Was haben wir hier Schönes jetzt gehabt? Ich glaube nochmal. Potato Juice. Genau. Kommt auch direkt weg. Und jetzt. Was hatten wir denn jetzt so Schönes? Guck mal. Wir sortieren mal. Das war hier immer ein bisschen. Ah ja. Das wollte ich immer machen. Können und Blauch wollte ich hier mal reinsetzen. Hat ja, glaube ich, bei den anderen schon gemacht. Bei den anderen zwei. Machen wir den anderen jetzt auch noch. Brief. Ähm. Nein. Wir springen jetzt keine Likes. Quests gibt es hier, Mensch. So. Kümmern wir uns um die Tierchen. Hallo Alpha, Beta, Gamma und Delta. Also so. Mehr eher nicht. So. Was ist denn los, Mädels? Ich brauch die doch um einen Niese zu machen. So. Find jetzt aber nicht nett von euch. Oder? Okay. Da war noch eins. Wieder nur drei. Ihr seid vier Hühner. Warum nur drei eher? Versteckt ihr das einfach nur gut genug? Ne, ich sehe echt keins. Hm. Nun gut. Ihr kriegt trotzdem die Freiheit. Ich schenke sie euch. Also. So ein bisschen Auslauf. Nehmen wir es so. Mu 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 mu. Immer noch Baby. Okay. Ihr dürft auch hinaus. So. Und dann wird hier nochmal geprüft, was los ist. Hier ist nichts los. Da machen sie jetzt aber kleine Bäume zu zwischendurch. Drinnen. Völlig. Das dürfen die aber ruhig. Das soll mich nicht stören. So. Ähm. Ich glaube, ich gehe mal zum Community Center. Wir haben wieder so viel Zeug hier rumzulegen. Dann geben wir mal dorthin und wieder ein bisschen was abgeben. Wir mussten ja sogar das mit den Füllungen fertig haben. Da haben wir jetzt alles einmal. Von daher lohnt sich das auch ein bisschen. So. Jetzt werden die viel was wieder durchbekommen. Aber wieder eine Kleinigkeit wahrscheinlich. Und auch Kleinigkeiten sind ja was Nettes. So. Ne. Also jetzt. Zu früh hoch. Hier. Muss ich nur wieder schauen, wo, was, wie, wann. Ich brauche einen echt langsamen Regentag, damit wir das andere fertig kriegen. Ähm. Genau. Hier können wir das große Ei abgeben. Aber ich glaube, fand ich hier auch. Genau. Hier war auch das. Zack. Zack. Juhu. Bundle complete. So. Ein Rivat. Was ist denn? Speedrow. Okay. Hm. Ich glaube, hier hatte ich noch was, ne? Ja, nur der Stoff konnte hier rein. Ähm. Ich weiß gar nicht. Kann man auch diesen Willen-Honig reinmachen? Ich weiß es nicht. Und da geht er mit dem Zeug los. So. Das eine war beim Fisch. Äh. Ne. Nicht Ocean. Special Fisch. Genau. Zack. Brauchen wir nur einen Sandfisch und den Wood Skip. Ähm. Das andere war, glaube ich, mit hier. Genau. Zack. Jo. Wie können wir da anpflanzen? Äpfel muss ich schauen. Jo. Dann war es auch das wieder. Sehr schön. Wir brauchen echt langsam mal einen Regentag hier. Ah. Und wieder eine Mission. Vier rote Slimes. Nö, 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 nö. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ah ja. Das fängt wieder an mit den Salomon-Bären. Die waren eigentlich am Anfang echt hilfreich, muss ich sagen. Inzwischen weiß ich nicht, ob die sich echt irgendwie noch lohnen, außer vielleicht zu verkaufen. Ich weiß nicht, wie viel Geld die bringen. Habe ich mir jetzt gar nicht mal so eingeprägt damals. Das sind die, die sind tot und womit man sich direkt an den Strand teleportieren kann und alles. Ähm, müsste ich mal recherchieren, ob man die mehrfach benutzen kann oder nur einmal. Wenn mehrfach, dann lohnt sich das eigentlich. Dann sollte man so ein Ding vielleicht wirklich mal bauen. So. Der komische Typ, der da oben ist, der immer meint, ich bin noch nicht bereit, irgendwas zu kaufen, ist nicht mehr da. Kommt wohl anscheinend nur zu bestimmten Zeiten. Müssen wir mal ein Auge drauf haben. Guck mal, dieses Zweihäu ist manchmal weg. Ich glaube, das können wir eh nicht mehr irgendwo reintun. Guck mal, ich habe mal wieder ein bisschen was gemacht. So. Soll ja niemand sagen, ich vernachlässige hier irgendwas. So. Um die Tiere haben wir uns gekümmert. Um die Farben haben wir uns gekümmert. Darum haben wir uns gekümmert. Ähm. Jo. So, alles im Einen haben wir uns um alles eigentlich mal ein bisschen gekümmert gerade. Hm. Ist doch schon mal schön. Dann gehen wir jetzt über den Nordweg nach Hause. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch ein paar Bieren abstauen können. Salamons, um genau zu sein. Ähm. Kann man dann verkaufen, weil ich wüsste nicht, wozu die sonst gut wären. Muss ich jetzt mal so sagen. Ich kenne kein Rezept, was man das, wo man die bräuchte. Ähm. Und so viel, sag ich mal, wir bringen die jetzt nicht. Da haben wir bessere Sachen. Und so sollten wir momentan, sag ich mal, uns regenerieren müssen. Was ich jetzt mal auf dem Weg hier machen kann. Ist die da? Ja. Ähm. Ähm. Upgrade House. Was brauchen wir denn? 50.000. Oh, ne, danke du. Ich bin mal weg. Alter, so viel. So. Ähm. Macht es Sinn, uns einen Brunnen zu bauen? Ich glaube nicht. Silo haben wir. Windmühle. Ja. Bauen wir die Stoffe. Das ist eigentlich auch noch so eine Frage, ob wir das so zu holen für ein Pferd. 100 Hardwood ist nicht wenig und 10.000 Gold schon mal gar nicht. Ähm. Ja, das ist eigentlich auch noch so eine interessante Sache. Slime züchten. Können wir die denn töten? Doof gefragt. Flieg fest. Hm. Ja, das ist auch so eine Sache. Big Cop und Big Barn. Ei, 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 ei. Da steht uns noch echt viel bevor, du. So, wir gehen den langen Weg, wie gesagt, nach Hause. Hm. Plupp, plupp. Komm, 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 komm. So, meine Tierchen fressen mir wieder alles hier weg. Hm. Uh, das ist wieder was fertig geworden. Mensch, Mensch. So, wir können wieder einiges verkaufen. Sandmann kann weg, das kann weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Weil ich es kann. So. Ähm. Ja, was machen wir mit dem Speed Grow? Hm. Erstmal Zwischenlager, würde ich sagen. So, du dort hinein, du dort hinein, ähm, Bohnen haben wir noch nie eingepflanzt, glaube ich. Ja, eingepflanzt habe ich schon eingelegt. Nein, sollst du nicht essen. Nein, sollst du nicht essen. Hm, 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 hm. Hm, hm. Sehr schön. So. Ich würde sagen, dann heißt es auch mal wieder ein bisschen Holz fällen. Davon brauchen wir immer noch jede Menge. Habt ihr gesehen, was wir alles brauchen, gerade für die Gebäude, die uns noch fehlen. Das ist nicht wenig. Von daher heißt es Baumfeld. So. Ähm. Ich muss mal liegen gerade. Wie wir die Farben noch ein bisschen hübscher machen können. So ein bisschen Deko-Sachen gibt es eigentlich wenig für draußen. Was ich schade finde, da müsste es noch so ein bisschen was kämen. So ein Blumentopf, so was ganz Simples, denke ich gerade da eigentlich. Dass man so ein Beet am Rand lang macht, was einfach nur Blumenbeeten haltet. Und die wirklich, sagen wir mal, von Frühling bis Winter da bleiben. Ja. So Rosenbüsche oder irgendwie sowas in der Richtung, denke ich da gerade. Das wäre eigentlich noch ganz nett. So als Deko-Artikel halt. Gar nicht mal groß jetzt, äh, wirklich, ähm, nützlich, dass man daraus irgendwas gewinnen könnte oder so. Einfach nur, damit es schön aussieht. Einfach mal hinkraften sozusagen und dann aufstellen. Vielleicht gibt es jetzt sowas nicht. Ich habe es bloß noch nicht gesehen. Das kann auch sein. Falls ihr wisst, wo es sowas gibt in der Richtung, äh, sagt ruhig Bescheid. Ich, ich, ich würde gerne meine Farben noch ein bisschen hübsch machen. Haben wir ja gesagt, im zweiten Jahr machen wir da auch ein bisschen was dran. So, Hauptfeld. Ähm, schuh. Ich mag meine Magnetringe oder Magnetring ja nur noch. Das andere ist jetzt ein Vampirring. Dass wir ein bisschen Energie regenerieren können, wenn wir mit Gingern kämpfen. So. Das soll es dann auch gewesen sein. Ich würde sagen, auch für diese Folge. Ich hoffe wieder, sie hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch gerne einen Daumen da oder einen Kommentar. Würde mich tierisch drüber freuen. Über Abos auch. Von daher, keine falsche Scheu. Klickt euch wund in dem Moment. Klickt hart auf den Abo-Button. Der steht drauf. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.